ja hi hallo und herzlich willkommen von der riviera im allgäu das ist natürlich der hopfensee wunderschöne idylle absolut pittoresk toller rundweg knappe acht kilometer seid gerne mit herbei aufgeht die sonne meint es noch mal richtig gut mit uns bald ist auch wieder abreisetag aber heute nach vielen tagen des wunderschönen und ergiebigen regens heute noch mal allerbestes wanderwetter schöne klare 15 grad circa vielleicht ein bisschen kühler entgeht ein herrlicher wind und der hopfensee ist einfach wirklich idyllisch und Musik 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 Ja und ehe sich das Wetter auch schon wieder zuzieht, ist diese wunderbare, wirklich unglaublich liebliche Runde auch schon wieder zu Ende. Knappe acht Kilometer hier in der Riviera von Bayern, rund um den wunderbaren Hopfensee. Es ist wirklich ein Genuss und man kommt tatsächlich noch durch ein kleines Wäldchen und kann dann auch noch wunderbare Schnitzkunst am Wegesrand. Und entdecken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diese wunderbare Runde zu begleiten. Und ja, ich empfehle euch auf jeden Fall das Allgäu. Mir hat oder uns auch wunderbar viel Spaß gemacht und wir werden definitiv wiederkommen. Macht es einfach auch, fahrt einfach los, sucht euch einfach hier ein nettes Plätzchen und genießt diese wirklich wunderbare Region im Allgäu. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und Gute, gute Erholung, euer Schrömi von Otananda. Ciao.